Er ist der Olympia zweite Silbermedaillengewinner Jerko Schröder. Er hat eben so ein bisschen kritisch geguckt. Nicht zufrieden oder doch? Ja, doch, ich war zufrieden. Ich hatte nur eine Runde mit New Orleans, also ich war zufrieden. Na gut, dann in die Stechen rein? Ja, jetzt Stechen, okay, es sind viele Stechen, aber wir versuchen nochmal uns das Beste zu geben. Super, danke.